Die vier besten Spielerinnen als Olympia-Team haben Weg zur Siegerehrung. Der russische Kommentator nennt sie Druzhina, eine militärische Kampfeinheit. Nana war gerade zwei Monate lang in Moskau für einen Wettkampf. Bald wird sie wieder unterwegs sein. Das war doch schon. Sie werden hier mit der Kampfeinheit verabschieden. Das war's. Das war's. Das war's. Sie haben die Schachowska-Krunn. Das wird nicht für 5.000 Jahre sein. Das ist eine größere Nation.